Du findest große Maschinen spannend? In der Chemie gibt es viele interessante Produktionsverfahren. In der Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer lernst du den Fertigungsprozess zu steuern und zu überwachen. Konfigurieren, abfüllen, etikettieren und verpacken. Du meisterst technische Herausforderungen und kümmerst dich darum, dass es läuft. Viele Alltagsprodukte haben wir der Chemie zu verdanken. Von Creme über Kunststoff bis hin zur Farbe. Der Ausbildungsberuf Produktionsfachkraft Chemie ist die perfekte Mischung aus Chemie und Technik. Du bringst die richtigen Zutaten zusammen und kontrollierst die Produktion. Dabei achtest du auf Qualität und Umweltschutz. In der Ausbildung verdienst du von Anfang an über 1000 Euro im Monat und hast eine hohe Übernahmechance. In der Chemie zu arbeiten lohnt sich. Mehr erfährst du unter www.chemie-azubi.de Infos zu Ausbildungsstellen, Gehalt und Ausbildungsbetrieben in deiner Umgebung. Vielen Dank. Vielen Dank.